Wenn man den Föhnen gleich noch lauter hört, damit man ihn hört über den Föhnen, könnte es sein. Noch ist alles im grünen Bereich. Man kann das schwer einschätzen bei ihm, ob das jetzt einfach nur, ich sag mal, eine Anti-Haltung ist, gegen das, was du da willst, oder ob er gleich irgendwie anfängt böse zu werden. So weit wird es hoffentlich nicht kommen. Jetzt geht der Spaß weiter.